So, ich bin gerade so raus aus dem Rhythmus, der merkt mal das? 14 Siege Wikileaks auf dem RTG-Account, Chat. Oh, wir gehen rein. Erstes Pick, ein Walkout. Das ist okay. Zweites Pick, Skipper. Okay, Rinkunku. Drittes Pick. Mach mir nochmal auf. Kein Totz. Oh mein Gott, Mann. Ich habe keine Ahnung, was geleakt wurde, Chat. Statement, wie wir gehen rein. Wir gucken gleich mal, Food Sheriff, Chat. Eine Sekunde. Ich glaube, das ist Quadrado, ne? Ja, ich sehe das. Quadrado, erste Karte. Oh, okay, was sagen wir, Chat? Quadrado. Kann man spielen? R, V, R, M. Das ist Arsch. Arsch. Der Kimi Nye. Och, Digga, Kimi Nye, Bro. Dritter Spieler. Das ist Arsch. Oder? Das ist Arsch. Die Lorenzo. Ach, Digga. Ich habe keinen Bock auf die Lorenzo. Ich habe den schon 5 Millionen Mark gezogen. Das stimmt. Quadrado mit. Scheiß drauf. Wir gehen rein in die zweite Pick, Chat. Corbett. Das ist so klar gewesen, ne? Chesney. Oh, diese Weekly lohnt sich gar nicht diese Woche. 92 Füßes. 88 Verteidigung. Was ist wieder Kimi? Was ist denn? Das ist auch scheiße, glaube ich. Wer ist das? Quadrado? Kann nicht sein. Ach, Digga. Ey, Chat. Guck mal. Was sind das denn bitte für Rerots gewesen? Jetzt ernst. Also, Red Picks kannst du sowas von dem Mülleimer werfen diese Woche, ne? Chesney und Quadrado, Bro. Das waren meine Red Picks. Digga, Bro. Also, wenn der Nein sagt, geht es dem Mann nicht gut. Oh, ich bin auf die Match. Ach, Digga. Wer ist das? Schabalala? Saleng. Was weiß ich, was ich meine? Kotz. Komm. Portugal. Ey, wer ist das? Chesney. Okay. Chesney 93er. Turcuc und Chiellini. Ja, ist okay. Wir nehmen das mit als Futter-Chat. Okay, wir gehen rein ins Jumbo-Seltne-Chat. Wir gehen rein ins Eingemachte. Das Peng ist eh Arsch. Weil es immer scheiße ist. Ja, wenigstens, wenn er auf die Match, Bro. Kann ich abstoßen. Wer ist das? 85er Mukudi. Ist okay. Oh, Joe Mario. Ey, ist okay, Chat. Joe Mario, wie kostet der? Ach, du Scheiße. Der kostet 30k. Ey, warum freue ich mich eigentlich schon mal? Ich bin einfach dumm. Drei Spieler-Pack, Chat. Komm. Komm, bitte. Nein. Bro, Chesney. Niko, danke für den Prime-Sub. Ach, du Scheiße. Ey, Bro, guck mal. Diese Weak-Liqui-Rauts, ne? Also, Bill, willst du das erzählen, dass du für solche Rewards die Weak-Liqui-Rauts würdest? Dig, ernst. Ja, L-Weak-Liqui-Rauts, Bro. So, das sind meine zweiten Week-Liqui-Rauts heute. 14 Siege, back-to-back. Oh, wir gehen rein. Kein Totz. Jawohl. Ja, Virati ist okay. Äh, und Karasko. So, wir waren schon mal Müll. Zweimal Seh-Rauts, was hype ich mich eigentlich? Komm, wir gehen rein. Ja, Arsch. Hier nochmal, back-against, Skipper. Arsch. Einfach zweimal Arsch, für nichts geschwitzt. Gratis geschwitzt, umsonst. Serie A, Tots, drei Spieler-Pack. Wir gehen rein. Okay. Ach, Tonali. Ey, Bro, guck mal, ne? Wo ist der Sinn, darin, so eine Scheiß-Wähl zu spielen? Es macht keinen Sinn, Bro. Es macht keinen Sinn. Boah, ich hasse, ich spiel so sehr. Ich hab so ein Tief-Arms. So ein Tief-Arms. Ja, Mann! Ja, Mann!